Jo, hey Leute, hier ist der GigaX und herzlich willkommen zu einem weiteren Video über Call of Duty Black Ops 3. Ja, wir haben jetzt noch weitere gelegte Informationen bekommen, also es sind wirklich ziemlich viele interessante Sachen dabei. Unter anderem sogar Bilder, wirklich In-Game-Bilder, also Bilder vom Gameplay quasi, die wirklich, ja, also schon ziemlich interessante Informationen, da haben wir jetzt schon eine Menge darüber erfahren. So, dann fangen wir erstmal mit dem Bild an, was geleakt worden ist. Ich werde das wieder nicht einblenden können, weil es halt geleakt worden ist, aber ich werde es euch auch in der Beschreibung verlinken, also da könnt ihr es euch auf jeden Fall anschauen. Man sieht auf diesem Bild zwei Soldaten, die sich hinter so einer kleinen Mauer verstecken und dann halt auf einen anderen Soldaten dahinter so ein bisschen schießen oder so. So ein relativ Standardbild, also so ein ganz normales Bild, das gab es auch vor Advanced Warfare, ein ziemlich ähnliches Bild, wo der einmal hinter so einem Auto sitzt. Ist mir nun mal aufgefallen, dass die von der Bewegung, wie die da sitzen, relativ ähnlich aussehen. Ja, dann ist das Ganze auch ziemlich staubig. Im Hintergrund sieht man so ein bisschen so ein relativ großes Gebäude. Da ist jetzt schwer zu sagen, was es ist. Es erinnert mich so ein bisschen an Resistance von MW3, die Map. Also da ist dieses Gebäude, weil es auch so ein bisschen altmodischer ist, aber jetzt keine Sorge, also Black Ops 3 wird auf jeden Fall in der Zukunft spielen jetzt nicht, dass ihr euch davon verwirren lässt. Man sieht es auch im Hintergrund nochmal, da ist so ein Roboter, fast schon wie ein Titanfall oder so ein ziemlich großer Roboter, der da rumläuft. Es ist allerdings, also bevor ihr jetzt Sorge habt, dass sowas jetzt auch im Multiplayer die ganze Zeit da rumläuft und das ist quasi so ein Titanfall mit Word quasi. Das ist ein Bild vom Singleplayer, also es ist auch bei irgendeiner Beschreibung geleakt worden und das stand unter den Singleplayer-Informationen, wo ich gleich noch drauf eingehen werde. Also es ist ein Singleplayer-Bild, also das wird wahrscheinlich nur im Singleplayer, dann werden da so Roboter oder so rumlaufen. Also ich glaube nicht, dass dann auch der Multiplayer so geprägt ist von irgendwelchen rumlaufenden Robotern und Maschinen. Also es ist halt ein Singleplayer-Bild. Zu den Waffen darauf kann ich ehrlich gesagt nicht so viel sagen, weil es relativ klein zu erkennen ist und, ja, kann ich jetzt nicht sagen. Es sieht nach zwei Sturmgewehren aus, aber mehr weiß ich da jetzt auch nicht zu. So, dann kommen wir jetzt auch zu den Informationen, die dazu noch gegeben wurden und zwar erstens mal zur Kampagne. Es wird jetzt eine Koop-Kampagne geben, also ihr könnt die Kampagne immer noch alleine spielen, offline, wie ihr wollt, wie das immer so war. Aber ihr könnt jetzt auch die Kampagne zusammen mit anderen, also mit bis zu vier Spielern gleichzeitig spielen, dass ihr quasi, ja, zusammen die Kampagne durchspielt. Wie das auch in Zombies und Multiplayer ist, also ganz normal online. Ja, das kann auf jeden Fall ganz lustig sein, weil alleine ist vielleicht ein bisschen langweilig, das durch das Spiel mit Freunden zu spielen, ist das vielleicht ganz lustig und interessant. Also das finde ich auf jeden Fall auch eine ganz positive Sache, weil es ist ja auch freiwillig, also man kann es ja auch noch alleine spielen, wenn man das möchte. Außerdem wird hier noch beschrieben, dass die Kampagne etwas offener ist, also dass ihr mehr unterschiedliche Wege habt, dass es nicht so einen vorgeskripteten Weg gibt. Dass ich wirklich eine sehr positive Information finde, also man muss immer schauen, wie es dann auch umgesetzt wird, aber der Ansatz auf jeden Fall finde ich auf jeden Fall ist sehr gut. Das hatte ich mir auch schon immer gewünscht in Call of Duty, deshalb habe ich ehrlich gesagt auf die Kampagnen fast nie gespielt, weil es mir einfach nicht so einen Spaß gemacht hat, so einen fest vorgeskripteten Weg zu gehen. Folgen sie dem, gehen sie da lang und so, das war halt so ein bisschen langweilig dann und dass man halt so ein bisschen selber überlegen kann, ja wie mache ich das jetzt, dass man vielleicht mehrere unterschiedliche Wege hat, die man gehen kann und wo man auch selber draufkommt. Nicht, dass einem vorgeschlagen wird, ja du hast drei Wege zu gehen, dass man einfach überlegt, ja dann steige ich vielleicht da an den Gegnern vorbei oder so, dass man, ja ihr wisst was ich meine, auf jeden Fall, dass es halt so ein bisschen vielfältiger und offener ist. Außerdem könnt ihr euren Singleplayer-Charakter jetzt auch komplett personalisieren, das hat mich auch gewundert, dass das früher noch nicht war, also früher hattet ihr ja immer einen festen Singleplayer-Charakter, im Multiplayer konntet ihr ja auch schon alles machen, wie ihr wollt, aber den könnt ihr jetzt auch vom Aussehen her so ein bisschen charakterisieren und Waffenausrüstung, Fähigkeiten, alles machen. Ja, das ist auch, keine Ahnung, dann geht halt so ein bisschen die Bindung, also so ein Charakter wird ein bisschen stärker aufgebaut, dafür geht so ein bisschen der Charakter des Charakters selber quasi ein bisschen verloren, dass man weiß, wie der Charakter, den man spielt, tickt, also das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber ihr wisst was ich meine, dass halt ein bisschen dadurch auch so ein bisschen die Charakterisierung des Charakters verloren geht, Mensch. Aber an sich, finde ich, ist das auch eine ganz nette Idee, dass man quasi den Charakter dann so gestalten kann, wie man das möchte. So, dann kommen wir zu den Multiplayer-Bildern, da haben wir auch ein kleines Bild gelegt bekommen, da kann man aber jetzt auch nicht so mega viel drauf erkennen, also es ist auch kein richtiges Ingame, also kein richtiges Bild, wie man das dann quasi sieht, wenn man Ingame spielt. Da sieht man auch zwei Sturmgewehre drauf, glaube ich zumindest, das eine könnte auch so eine S12-Shotgun sein, aber ich glaube, es sind Sturmgewehre. Im Hintergrund sieht man auch wieder ein zerstörtes, qualmendes Haus und ja, das ist eigentlich alles, was man davon sieht. Dann haben wir aber noch ziemlich interessante Informationen über den Multiplayer bekommen, und zwar einmal wird es ein neues Bewegungssystem geben, das heißt, es wird Boostjumps in Black Ops 3 geben auf jeden Fall, das ist bestätigt worden. Was ich an sich nicht so gut finde, sage ich jetzt einfach mal so, also an sich Boostjumps finde ich jetzt nicht so gut, hatte ich auch vorher schon mir gedacht, dass ich das eigentlich nicht möchte und dass ich auch so, was ich so mitbekomme, das ist auch eigentlich nicht unbedingt das, was die Community so möchte, also ich weiß nicht, was deren Marktanalysen da so ergeben haben. Allerdings ist jetzt auch nochmal klargestellt worden, dass es anders ist als in Advanced Warfare, also es ist nicht wie in Advanced Warfare gemacht, das ist eine etwas gemäßigtere Bewegungsmöglichkeit quasi. Also ihr könnt zwar Boostjumps machen und ihr könnt die auch ein bisschen besser kontrollieren als in Advanced Warfare, also die Richtung, die Geschwindigkeit und Länge oder so kann man glaube ich ein bisschen besser kontrollieren, steht hier. Aber es ist halt nicht, dass ihr die ganze Zeit so rumhüpft und dass die Maps so hoch und vertikal aufgebaut sind, dass ihr quasi auf mehreren Ebenen kämpft, wie das in Advanced Warfare war, sondern dass es einfach nur ein bisschen ist, um die ein bisschen sich schneller und flüssiger durch die Maps zu bewegen. Also dass ihr quasi über Sachen ein bisschen klettert und springt, aber nicht, dass ihr jetzt wie in Advanced Warfare, dass ihr euch beide im Gunfight dann die ganze Zeit rumhüpft und dann schießt einer von oben auf dich, dann einer von unten. Also so ist das nicht gemacht worden, das haben die extra gesagt, dass das ein Unterschied zu Advanced Warfare ist, dass es nicht so ein total starkes Muffensystem ist wie in Advanced Warfare. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt darauf. Wie gesagt, in Advanced Warfare hat es mir nicht so gut gefallen, weil ich es etwas übertrieben fand. Vielleicht, obwohl ich mir, wie gesagt, eigentlich etwas ein bisschen gemäßigteres Call of Duty gewünscht hätte mit normalem Movement, aber vielleicht ist das dann halt so, dass es gar nicht so doll auffällt und dass es einen gar nicht so doll stört. Also da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, da möchte ich jetzt keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ja, außerdem wurde noch zu den Multiplay-Maps bekannt gegeben, dass sie jetzt an das neue Movement-System angepasst worden sind. Das ist natürlich auch logisch, aber es wird halt, wie gesagt, nicht so wie in Advanced Warfare sein, wo es ja auch daran angepasst war, dass man jetzt überall immer auf höhere Gebäude springt und dass die Map quasi so in die Höhe auch so sehr aufgebaut ist, sondern dass es eher etwas flacher ist, aber dass ihr halt dann da vielleicht mal eine Wand habt oder einen Zaun habt, wo ihr dann drüber springen könnt oder so. Ja, ist ein bisschen angepasst. Ja, außerdem ist noch ein Spezialisten-Charaktersystem eingeführt worden, das heißt, dass ihr mehrere Charaktere spielen könnt und die dann jeweils wieder einzeln aufhören. Aufsteigen lässt und Fähigkeiten mit denen freischaltet und so weiter und levelt auch und dass ihr die dann auch wieder so einzelnen Fortschritt damit habt und die dann auch personalisieren könnt, wie ihr das wollt. Also das steht hier, dass es so neu ist. Ich weiß nicht, wie viel jetzt daran neu ist, aber an sich hatten wir das ja schon in Ghosts und in Advanced Warfare hatten wir das ja beides auch schon. Also keine Ahnung, ob das jetzt hier nur steht, dass da irgendwas groß neu ist, aber so an der Beschreibung klingt das eigentlich, wie das in Ghosts und in Advanced Warfare war. Aber ja, das kehrt quasi auch wieder so zurück, was mir jetzt eigentlich relativ egal ist. Also ich habe das jetzt nie so total ausgenutzt mit den ganzen Charakteren, aber es ist jetzt auch nichts, was mich irgendwie stört. Also mir ist das relativ egal. So, dann haben wir jetzt sogar noch zu Zombies was geleakt bekommen. Also es ist wirklich ein ziemlich großes Leak. Erstmal haben wir ein kleines Bild geleakt bekommen, so ein kleines Poster, was man vielleicht dann irgendwie bekommt, wenn man das vorbestellt oder so, keine Ahnung. Da kann man jetzt auch nicht so mega viel drauf erkennen, wie der Zombie-Modus jetzt aufgebaut sein wird, aber es sieht halt auch relativ interessant aus, das Poster. Dann gibt es auch noch so ein paar kleine Informationen zum Zombie-Modus und zwar erstmal, dass es eine komplett neue Geschichte ist. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur so zu verstehen ist, also ob der ja gar nichts anknüpft, dass sie quasi komplett neu beginnt. Oder ob einfach nur gemeint ist, dass es jetzt halt nicht irgendwie eine Geschichte ist, die man schon mal hatte, was eigentlich ja logisch ist. Also da weiß ich jetzt nicht genau, wie die das meinen. Und außerdem wird man jetzt im Zombie-Modus auch noch XP-Fortschritt erlangen können und Bonuspunkte, also dass man da auch quasi eine Art von Leveln hat. In Black Ops 2 gab es ja glaube ich auch so ein Zombie-Level, ich weiß nicht, ich habe das nie so viel gespielt, dass man so ein bisschen im Zombie-Modus leveln konnte, aber das hat halt nicht für den Multiplayer gezählt. Vielleicht ist das jetzt hier so ein bisschen verbunden, dass man in beiden Modis leveln kann, vielleicht auch mit den Charakteren spielen kann, die man schon im Multiplayer und Singleplayer erstellt hat. Das weiß ich auf jeden Fall noch nicht. Ja, das war es jetzt auch mit dem Video, also es waren auf jeden Fall ziemlich viele Informationen, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so schnell schon so viele Informationen geleakt werden. Also ja, war, finde ich, ein ziemlich interessantes Video, wir haben jetzt sogar schon was über den Multiplayer erfahren, was auch schon relativ früh ist, wie gesagt, das ist halt durch dieses Leak entstanden. Ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen und das war es für heute, haut rein Leute.